jo Leute was geht ab? Mein Name ist Luke King. Heute spielen wir mal ein geiles geiles Spiel. Also ja diesen Menschen da. Wieso guckt er uns so. Ja neue Welt. Heute spielen wir auf. Freunde erlauben beizutreten. Nein 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 nein. Welterschaffen. Hallo. Hola. Mein Weltname. Name mein Welt. Hallo. Nein warte. Mein Weltname wie glaubt sie Sollte sein, nennen wir ihn Lü-O-Kö-Kö-I-Ne-Gö Lü-O-Kö-Kö-I-Ne-Gö Welt erschaffen! Yeah, here we go! Also ich hab das Spiel noch nie gespielt, Raft. Ich liebe dieses Spiel, denn die Jessen hat viele Videos von denen gemacht, also ich bin nackert. Ah nein, ich weiß eh, wie das geht. Und wup! Ach so, man muss ziehen, okay. Ach so, dieses Spiel ist verknüpft. Mann, ich fang gar nichts! Na gut, ähm, ich weiß nicht, wieso. Oh, hallo, hi, was geht da? Ja, wir haben Holz! Ja, wir haben Holz! Okay, weiter geht's. Was ist das? Ich glaub, Plastik, oder? Komm her, nein! Komm her! Wieso? Okay, ja. So... Hallo, hi! Hey, wieso ist das so reingezoomt? Ist das nicht reingezoomt? Keine Ahnung. Ich hoffe zumindest nicht. Weil sonst zerstört das mein Video. Ja, ich hab, links da, Kunststoff, ja. Es ist perfekt. So, so... Also... Oh, jetzt kommen viele Sachen. Ich liebe diese Tonnen! Was hab ich da gerade denn getan? Und... Oh! So! Also, Leute, ich liebe dieses Spiel. Also, es macht richtig viel Spaß. Und ja. Ey, guck dir an, wie viele Dings davon denn gibt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und zu mich etwa ankockern. Ja, wir haben Stein, Planke, Braunblatt, Planke. Yep. Okay, weiter geht's. Ey, nein! Nein! Was hab ich noch getan? Komm, ich... Ich erreiche dich noch, oder? Hä? Das Seil ist nur so kurz? Ach so, man kann auch so werfen. So geht's viel länger. Okay, das dachte ich mir schon. Aber wie kann man jetzt bauen? Also, wie schau ich aus? Kann man das nehmen? Nein, oder? Doch, man kann das nehmen, oder? Keine Ahnung, wieso. Hallo! Kommst du bitte mal näher an mir ran? E! Okay, ja. R, F, E, S, A. Warte. Q. Oh, scheiße! Was? Was mach ich denn da? Ich bin ein kleiner... Mann, ich hätte E drücken sollen. Was drück ich die ganze Zeit? Wie komm ich zum... Aha! Was hab ich gedrückt? I, ich, I hab ich gedrückt. Das ist wundervoll! Ich liebe dieses Spiel. Axt, wie kann man eine Axt bauen? Planke, Schrott, Seil? Sicher nicht! Na gut, ähm... Hallo, Axt. Ich hab keinen Bock mehr, Axt zu essen. Ähm... Warte, hier ist Werkzeug. Hä? Hä? Ja, okay. Ich weiß, ich kann es nicht. Na gut, keine Ahnung. Warte, was könnten wir hier machen? Warte, Baumhammer. Dafür brauchen wir Planke, 0 von 4. Ach Gott, Menschen, Menschen. Und Seil. Und wie erstellt man Seil? Warte, ich glaub, ich weiß irgendwie, wie... Wie, wie? Seil erstellt man... Ja, kann ich erstellen. Das ist wundervoll. Und wie viel Seil brauchen wir? Zwei, oder? Ja, stimmt. Also brauch ich noch mehr Baumlitter. Dieses Spiel ist geil. Also, meine lieben Damen... Oh, eine Insel! Junge, ich liebe dieses Spiel! Okay, los geht's. Ich hab die Befürchtung, dass meine Mom kommt. Wenn ja, dann ist es sehr schlimm. Okay, ja, sorry. Ähm, aber ja. Weil meine Mutter hat gesagt, dass sie das Video sehen soll, was ich mach, weil irgendwie ist sie... So, begeistert? Kann ich nicht E drücken, oder bin ich blind? Oder was? Was? Nehmen und... Hier, wir go! Ja, alles nur kein... Keine... Dings da. Warum? Okay, ja. Okay, nein. Das hab ich jetzt nicht so gemeint. Ja, wir kommen näher an die Insel. Selin! Die selige Insel. Ja, du kommst auch gleich. Und ja. Ähm, I. Ich find es irgendwie komisch, dass es I ist. Okay, ja, wir haben zwei. Wir brauchen jetzt nur noch... Planken haben wir vier. Ja, ja, wir können, glaube ich, Hammer aufstehen. Let's look in. Ja, erstelle Hammer. Ich liebe dieses Spiel. Dieses Game ist einfach unerklärlich. Ähm, also für das brauche ich zwei. Und drei von zwei Kumpfschau. Ach so, hier gibt's mehr. Ach so. Uh. Dafür brauche ich Dings da. Das ist wundervoll. Aber ich glaube, meine Mom kommt. Okay, nein, kommt die eh nicht. Aber irgendwie hab ich immer die Befürchtung, dass sie kommt. Weil ich hör die Schritte irgendwie nicht. Ja, das ist wundervoll. Ja. Ich muss kurz pupsen. Ich weiß, das wird jetzt unangenehm. Ja, Leute. Wow, wa... Alter, du hast... Der Hai... Was ist das? Warte kurz. Zurück zum Spiel. Hä? Ich will auch an der Insel kommen. Hä? Tolle Insel, ne? Alter. Alter. Okay. Ich hab Bock auf der Insel zu kommen. Ich will zoomen, was dort ist. Hai. Du hast mir sowas abgeheckt. Ah, das wirst du büßen. Wirst du sowas von büßen? Sterben. Ey, ich hab so Bock auf... Oh, scheiße. Ah, ich muss nur wenig den Überblick behalten. Okay, ich glaube, wir können eine Planke bauen. Nein, ich hab keinen Bock auf das. Ja, wir können's bauen. Yeah, ich bin da glücklich. Oh, wir können noch eins bauen. Hä, wieso bin ich so glücklich? Ich bin so ein kleines Kind. Mann, es gibt hier so viel. Ich liebe dieses Game. Dieses Game ist unvorstellbar. Hä? Nein, es gibt keine zwei. Ähm... Okay, suchen wir weiter. Hier gibt's noch... Hier gibt's noch schon die nächste Insel. Junge, das ist krank. Außer Land und Band. Komm her, kommen die her. Ah, Leute, es ist schön, wieder ein Video zu machen. Heute mit Raph. Das wird irre geil. Hi. Hi. Ich glaube, ihr habt meine Haare gesehen. Ja, ich weiß. Ich hab mich gestern... Ich glaube, gestern war das, oder? Ja, gestern hab ich mich frisiert. Das ist... Das war sehr schön. Ja, jetzt haben wir so ein Teil bekommen, was auch immer das ist. So's. Eins Kunststoff. Hä? Der Hei hat wieder angebissen. Ah, nein, hat er nicht. Ich dachte halt nur so ein wenig. Ah, diese Inseln. Was für Kinder. Hä? Was rede ich da überhaupt? Was? Was? Hä? Das sind drei Blätter. Lol. Drei Blätter. Lol. Okay. Hier, der Wecker. Ah, dieses Spiel macht so viel Spaß. Siehst du, hier ist eine Insel. Hier ist sowas. Das mag ich sehr. Und hier ist das nächste. Und dieses Spiel ist einfach so geil. Ich wünsch dir, ihr könnt das... Ihr könnt ja alles sehen. Ja. Nein. Okay, nein, das nützt nichts. Einfach so halten. Wupp. Wisst ihr? Ich weiß nicht, ob ihr den... Nico kennt. Er hat auch einen Gamer-Kanal. Er heißt irgendwie mit 33 und so. Ähm. Und ja. Er hat... Er macht voll die guten Videos. Und ich hab schon 25 Abonnenten. Danke für die Abonnenten. Das freut mich wirklich. Weil ja. 25 Abonnenten sind schon sehr viel. Wieso muss ich immer werfen? Ich kann doch bitte auch fangen. Das mein ich auch. Ah, dieses Spiel macht Spaß. Ich werde dann mehr von diesen Games machen. Weil ich liebe diese Games. So. Machen wir jetzt mal weiter. Ja. Wir können bauen. Buck. Buck. So gut bildet. Ah, Insel. Na, die Palle sind richtig schön. Ihr könnt alles sehen, oder? Wo schmimmst du hin? Ähm. Ja. Okay, ja. Ähm. Ja, wir haben ein Dings da. Warte. Wollen wir mal sehen. Machen wir Paddel? Wie kann man Paddel? Seil, Kunststoff und Planke. Sehr toll. Eine Axt. Nein, sind wir noch nicht bereit. Ein kleines... Oh, wir brauchen nur noch acht Kunststoff. Das ist schon zu viel. Irgendwas könnte ich dann hierher gehen. Schwer. Stein. Schwer. So. Was? Warte. Heilküder. Nein, das brauche ich doch nicht. Ähm. Wir könnten... Kurv haben. Ah ja, so ein Anker. Ähm. Lol. Jemand hat mir eine Nachricht geschickt. Sehr toll. Ähm. Ja. Hä? Es ist schon elf Minuten? Hörst du mich? Hä? Schon elf Minuten. Warte. Kleine Tasse. Hä? Das ist doch bitte aus Metall. Nur noch drei von sechs. Nur noch sechs Planken. Dann kann ich das machen. Das ist wundervoll. Oh, es wird langsam Nacht. Fesse. Nein! Boah. Willst du mich etwa? Nein! Nein! Oh, das Leben ist hart. Ich brauche Kunststoff. Ich brauche Kunststoff. Boah. Boah. Was denn? Das ist gut! Nur noch eine Planke! Haben wir irgendwo eine Planke? Ja! Wir können jetzt Dings da machen, ihr wisst schon! Meine Probebacken! Okay, nein! Sorry! Wo gehen wir das hin? Hm? Das ist sehr schön! Okay, ja! Gehen wir es irgendwo in der Mitte, wo der Heinich so einbeißen kann? Ja, ich hab jetzt irgendwie nichts! R, um Dings da zu machen! Das ist perfekt! Dings entfernen! Was kann man jetzt hier machen? Nichts! Okay, ich sollte mal wieder ein paar Dings da machen, ihr wisst schon! Ich brauch zwei und zwei! Ah, der Mond ist so schön, ne? Ah, Wasser und Lehm hab ich... Nein! Was mach ich da? Was hab ich da gemacht? Ah, Wasser hab ich wenig, Junge! Ich muss ein wenig Wasser kochen! Ich brauch Dings da! Ich brauch mehr Kunststoff! Stoffkunst! Aufheben! Okay, wir haben drei Kunststoff! Das ist schon mal perfekt! Nein, nein! Ja, das ist das! Und jetzt her! Gott! Okay, das Spiel macht richtig Spaß! Zumindest! Also ja, es macht irre viel Spaß! Ihr solltet das mal auch spielen! Das Spiel nennt sich Raft! Ja, es gibt auch viele! Ah, wieso mach ich das? Nein, ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Wo bin ich? Wo ist mein Stief? Kacke! Boah, ich bin so schlecht in Raft! Farft! Farft! Scheiße, der Haiba ist an! Ah, ich bin tot! Ja, ich bin tot! Ich bin tot! Nein! Okay, ja, ähm! Ich brauch schnell! Hallo? Okay, ja, ähm! Okay, ja, komm schnell! Ich hab nichts mehr! Ich bin tot! Gott! Ja, herstellen! Gott! Hilf mir! Ich werde sonst sterben! Okay! Flüssigkeit einfüllen! R&B? Hey, was ist R&B? Trinken! Was ist L&B? Wo ist L&B? Hey, ich weiß nicht, wo das ist! Gott! Ah, ich glaub, das ist nicht zum Trinken! Boah, ja, ich werd sterben! Warte, wo ist das zum Trinken? Einfacher... Einfacher Grill, einfacher Reiniger... Ja, Reiniger brauch ich! Ist das dein Ernst? Weil Kunststoff und... Okay, ja, das ist eh nicht so viel! Aber trotzdem... Nein! Ha! Noch gekriegt! Glaub ich! Boah, was mach ich da? Ich bin tot! Ja, ich bin tot! Ja, ich bin tot! Boah, bei mir verschwemmt sich schon alles! Ja, ich bin tot! Ich bin tot! Ich muss ein neues Kapitel machen! Nein! Oh Gott! Aufgeben und wiederbeleben! Ja, ich kann mich gleich wieder am gleichen Ortsboden machen! So, aber ich hab keine Materialien mehr! Oh nein! Verpiss dich! Okay, ja, ich kann nichts machen! Hä, aber ich hab jetzt keinen Haken mehr! Alter, dafür... Okay, ja, das ist nicht so schlimm! Boah, hi, ich hasse dich so sehr! Ja, du kannst dir nicht vorstellen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja, ich bin wieder tot! Ich bin immer tot! Ich bin immer tot! Wieso? Man, ich kann gleich einen Neuanfang machen! Book! Komm her! Ja, Hauptmenü! Ja! Äh, Spielbänden wollte ich jetzt nicht! Hab ich? Nein, hab ich nicht! Hallo! Ja, ich will auch so ein Boot wie du haben! Du bist ultra-rich! Na, guck dir das an! Neue Welt... Diesmal mach ich... Hey, was ist Freely Fire? Ähm, machen wir... Booking 2! Nein! Kreativ? Nein, ich will einfach... Neue Welt schaffen! Oh Gott! Dieses Spiel! Es sind schon 18 Minuten, also ich werde noch dieses eine Part machen und dann würde ich mal sagen... Blablabla, ich bin dumm! Ja, ja, ja! Später! Soos! Also Teile, wo seid ihr? Ah, dort hinten! Sehr, sehr! Wir haben nichts! Und wir können auch nichts außer... Nichts! Diesmal werde ich ein wenig populul... Was war das? Was? Bleib da! Jaaaa! Also Leute, ich werde dann viel mehrere Videos über das machen, weil dieses Spiel gefällt mir, okay? Und bitte abonniert mich! Und bitte sagt dem Hi! Ich nenn ihn Frank! Frank! Franky! 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 Ja, ich habe alles 2 gekriegt! Okay! Es sind schon 19 Minuten! Hm! Lange ist es mir weniger vorgekommen! Wuiiii! Hiiii! Yeah! Ich habe das noch gekriegt! Oh, ich habe Bock das hier zu kriegen! Ich bin... Okay, nein! Ich werde noch bis Minute 20, 21 machen und dann werde ich sagen... Tschüss! Meine lieben Freunde! Wir sehen uns im nächsten Video! Perfekt! Ja! Okay! Oh! Hey, das wäre fast... Sehr gut! Okay! Schauen wir mal, was wir... Ich würde gerne einen Bauhammer... Dafür brauchen wir noch Seile! Warte! Ähm, warte! Ich kann... Ich kann es machen! Seile! Bauhammer... Kommt sofort! Herstellen! Ja! Perfekt! Also... Insgesamt geht es uns gut! So, ähm... Können wir schon machen? Nein! Ich brauche noch eine Planke! Das geht ja flott! Flotti Karotti! Flotti Karotti! Das wollte ich jetzt gerade nicht machen... Nein! Boah Gott! Und wisst ihr euch? Ich werde dann noch ein paar Videos mit Doodle God machen! Das Spiel ist mega geil! Wisst ihr das? Sass! Okay, ja! Oh, da kommt etwas auf uns zu! Ja! Perfekt! So kubülert! Ist das dein Ernst? Nein! Wir brauchen noch einen Kunststoff! Ich frage mich, wieso wir Planke... Ach so! Okay! Ja! Jetzt verstehe ich es! Okay! Weil unten sind ja diese Planken und die können halt über Wasser und ja... Ja! Wunderschön! Ja! Hätte ich auch mit der Hand nehmen können! Wieso? Weiß ich... Wieso ich das jetzt getan habe? Weiß ich jetzt nicht! Die Kamera finde ich irgendwie nicht komisch! Oder nein! Es war auch bei vielen anderen Spielen! Wup! So! Das ist ja perfekt! Ich könnte jetzt mal... neues Fundament bauen! Mach ich jetzt! Gleich! Na! Ich brauche noch einen Kunststoff und ein Zeug! Kunststoff ist da! Und danke! Ja! Die erste Insel! Ja! Einfach...